So, hallo Leute, herzlich willkommen zu Illuminati Games, euer Hydro ist mal wieder hier und euer Two-Face ist dabei. Wir sind heute bei Minecraft Weekly Mission Part 3. Auf unsere letzte Nachfrage hat leider nur Stablumpen antwortet, inwiefern wir die Räume unserer Burg einrichten. Wir werden das natürlich dann so tun, wie Stablumpen das wollte, so werden wir das Ganze einrichten. Wir werden allerdings, denke ich mal, das Ganze dann sein lassen, euch zu fragen, was wir bauen sollen und werden einfach auf eigene Faust unsere Sachen konstruieren. Allerdings, wenn ihr natürlich irgendwelche guten Ideen habt, könnt ihr sie natürlich trotzdem weiterhin als Kommentar posten. Wir müssen dann nur mal gucken, inwiefern wir das Ganze umsetzen. Aber na gut, wir zeigen euch die neuen Sachen, die wir gebaut haben. Da habe ich schon wieder fast zu viel gezeigt. Nein, gut, fangen wir hier mit an. Wir haben hier eine große Lava-Sanduhr quasi gebaut. Eine Sanduhr, in der Lava ist. Die haben wir heute fertiggestellt. Das war unser heutiges Projekt. Ich finde sie ganz schick. Vor allem im Dunkeln sieht sie gut aus. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin, das Ganze im Dunkeln zu zeigen. Und wie ihr auch seht, wir haben wieder die Original-Texturen. Leider, dadurch sieht das Ganze auch etwas anders aus, wie normalerweise in unserem Text-Job-Pack. Ja, es gab heute einige Probleme mit dem Minecraft-Server, wie es vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat. Es wurde da jetzt nochmal irgendwie ein Patch rausgeschmissen. Den hatte ich eben runtergeladen, nachdem ich zwei Stunden nicht mehr ins Spiel kam. Und ja, möchte jetzt allerdings auch nicht ausloggen, um das Texture-Pack zu installieren. Da man Angst haben muss, nicht mehr reinzukommen, wieder für ein paar Stunden. So, ich habe hier heute noch so einen kleinen Springbrunnen gebaut. Einfach nur so als kleines Detail. Fand ich ganz schick. Wir haben auch wieder Tiere eingeschalten, dadurch, dass wir das Ganze jetzt nicht mehr quasi als Server über meinen Rechner laufen haben, sondern haben das jetzt ganz auf unserem Root-Server gepackt. So gut, come to face, wir gehen mal weiter. Ein bisschen weiter zeigen. Ja, wie gesagt, die Sanduhr, ich versuche die euch später nochmal im Dunkeln zu zeigen. Da sieht die wirklich sehr schick aus. Da haben wir noch ein bisschen Wasser hier reingefüllt, aber... Genau, tu fest, da geht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr. ...den Wasserpark bearbeitet, aber noch nicht das finale Ergebnis. Ich hatte hier heute so Laternen gebastelt mit Glowstone aus der Höllenwelt. Sieht jetzt allerdings mit den Originaltexturen meiner Meinung nach scheiße aus. Aber mit unserem Texture Pack... Im HD-Texture Pack sah es echt richtig geil aus. Ihr werdet es demnächst nochmal sehen, weil es dann so eine glatte, gelbe, leuchtende Oberfläche war. Da sah das schon wirklich nach Laternen aus. Aber guck mal, was man jetzt für einen Bombenunterschied bei unserer Burg sieht. Wo welche Etage anfängt und aufhört. Ja. Das war bei dem HD-Texture Pack dann doch ein bisschen anders. Aber naja. Aber naja, gut. Ich habe dann hier nochmal so eine Art, keine Ahnung, Kamin, Grill gebaut. Mit einem kleinen Feuer drin. Wer wissen will, wie das geht, ihr nehmt einfach hier so einen Holzblock von einem Baum, zündet den mit einem Feuerzeug an und der brennt dann ewig. Also es geht nicht mehr aus. Allerdings ist uns bei der ganzen Aktion hier stand ein Baum wieder drüben. Der ist uns abgefackelt. So, dann habe ich heute noch ein bisschen was gebaut. Sieht auch im Dunkeln besser aus. Hier drüben, anstatt Hollywood hier natürlich Illuminati Games. Schön nachgebaut. Im Dunkeln ist das Ganze beleuchtet und sieht auch wieder etwas schöner aus. Mir gefällt das im Dunkeln eh alles besser. Ähm, hatten wir hier hinten noch was? Keller haben wir noch ein bisschen. Ah ja. Ich habe hier mal ein Hochhaus gebaut. Sollte eigentlich ein Wolkenkratzer werden. Das war gestern oder vorgestern mein Projekt. Ja, leider nicht allzu hoch geworden. Oder was heißt nicht allzu hoch geworden. Also es ist schon hoch. Wir gehen mal rein. Ich zeige euch das mal von innen. Aber leider, ich hätte gerne noch höher gebaut. Ich hatte oben auch wieder ein neues Stockwerk angefangen. Allerdings, oberste Grenze vom Spiel. Da oben kann ich nicht weiter bauen. Wir sind hier also anscheinend sehr hoch gelegen. Oder ich hätte mich irgendwie noch reinbuddeln müssen. Keine Ahnung. Aber, äh, ja. Höher geht es leider nicht. Ich habe das Ganze nicht ausgebaut. Ii, was ist das denn? Ach so. Ja, bei unserem HD-Texture-Pack, was wir sonst drauf haben, haben wir keine Wolken. Jetzt fliegt hier natürlich gerade voll die Wolke durch. Aber naja, gut. Ich werde das hier drin auch nicht ausbauen. Das ist einfach nur, äh, so als Optik, dass man halt mal so ein relativ hohes Haus im Hintergrund hat. Ja, hier seht ihr noch meine Treppe, die ich gebaut habe, zum Bauen. Schon hoch. Ja, ist schon hoch. Aber ich hätte es halt gerne noch höher gehabt. Aber da wollte das Spiel nicht so, wie ich wollte. Ja, da hinten seht ihr schon das nächste Objekt. Da werden wir uns hinbewegen. Das ist Two-Face seine Baustelle. Ja, einmal schon falsch gebaut. Und dann nochmal ganz viel abgerissen. Und also schon viele Korrekturstunden, die unnötig waren. Und, äh, ja. Also, es wird schon noch irgendwann mal was werden, hoffe ich. Ja, hier unten seht ihr noch ein Baumbrennen. Das war so mein erster Versuch. Ich wollte mal mein neu gebautes Feuerzeug ausprobieren. Das ist auch das Einzige, was übrig geblieben ist von der Bewaldung, die hier mal war. Das ist mehr oder weniger alles weggebrannt. Aber naja, gut. Wir haben ja noch, ähm, es ist Mittag quasi, Mittagsstunde. Haben wir noch ein wenig Zeit, bis es dunkel wird. Dann gehen wir doch mal hier hinter. Ihr seht hier oben auch schon irgendwas gebautes. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, weil wir haben zwei neue Mitspieler auf unserem Server. Das ist natürlich der X-Fighter und der Sosi. Sosi kennt ihr vielleicht. Und einer von denen war gerade irgendwie verbuggt in meinem Bildschirm. Ja, den habe ich hier auch verbuggt in meinem Bildschirm. Und es wird Sosi sein, der hat nämlich den zweiten Bug. Also es sind die letzte Zeit wieder mehrere Bugs leider aufgetreten. Aber naja, gut. Jedenfalls, Sosi kennt ihr auch noch aus unserem Zombie-Mod-Video, Call of Duty und so. Aber ich habe hier auch ein Bug. Vielleicht noch zu meinem Bauwerk da oben rechts in der Luft. Ich habe auch hier gerade einen fetten Bug, wie ihr seht. Erstmal hier dieses Loch, was hier wahrscheinlich unendlich tief in den Boden gehen wird. Und hier unten können wir jetzt durch die Erde gucken. Hier sieht man den großen Raum, den ich ausgehoben habe, den ich euch im letzten Part gezeigt habe. Ist ganz praktisch, weil wenn man diesen Bug hat, oh jetzt geht es weg. Schade. Gut, der wird noch ein bisschen bleiben. So kann man nämlich Höhlen entdecken. Ich wette mit euch, wenn ich da hinten jetzt drei Blöcke Tiefgrabe oder so, fallen wir ins Wasser. Aber naja, gut. Wir hoffen ohne weitere Bugs. Gebauen die sich hier ja tatsächlich Schnee an oder was ist? Ja, da gucken wir jetzt mal, was X-Fighter und Sosi da bisher gebaut haben. Was ist das? Schwarze Wolle. Okay. Ich muss immer überlegen, wie das Ganze aussieht. Achso, ich habe auch mein Skin verändert. Ich bin jetzt Gordon Freeman. Half-Life und so. Blah, 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 Mr. Freeman. Ich kann euch jetzt leider das Bauwerk von Tufest nicht von oben zeigen, dadurch, weil hier die behilfliche Treppe bei mir fehlt. So halb, ja. Ich kann ja schnell noch ein bisschen hinkloppen. Achso, die hast du abgerissen, oder? Wenn du X-Fighter das Haus zeigst. Ja, ich habe da ja durchgebaut, um was auszuprobieren, aber das hat ja dann nicht geklappt, weil es dann auch wieder zu groß geworden wäre. Achso, nee, bei mir gehst du nämlich gerade die Luft hoch. Achso. Das Stück fehlt schon runter auf den Boden, das Stück fehlt nämlich bei mir komplett. Okay, dann hast du Bug und dann, naja, kann man ja, ihr werdet es sehen, wenn es fertig ist. So, aber wir gucken jetzt mal, was die anderen zwei hier gebaut haben. Ja, das habe ich auch noch nicht angeguckt. Okay, sie haben Mechanismen. Sie haben eine Decke. Sie haben eine Wolke unter der Decke. Aber die haben die Tür ganz schön eng gebaut, ey. Da kommt man ja kaum durch. Geil auf Lava sind sie auf jeden Fall. Lava und Wasser haben sie hier verbaut in ihrem Torbogen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Da ist der X-Fighter. Ach, da oben haben sie Wasser verbaut. Ich wollte gerade sagen, wo sind Wasser? Hat er mal auf die Fresse gekriegt. Einiges an Workbenchers haben sie und Vorratskisten, genauso wie Öfen. Aber naja, gut. Man weiß ja nicht, für was sie sich rüsten wollen. Mach's gut, Schweini. Bam. Oh, Schinken hat's fallen lassen. Ja, wir versuchen uns jetzt mal hier ranzuschleichen. Die haben hier ihre Mine gebaut. Oh, das war knapp. Mit so ein paar Zwischenetagen, wo Two-Face jetzt Glück hatte. So sie hat ja gestern ein paar Zwischenetagen reingehauen. Das habe ich gesehen. Die geht mächtig tief runter. Ich glaube, die geht sogar bis zum tiefsten Punkt. Das weiß ich jetzt allerdings nicht genau. So, und dann gehen wir auch nochmal hoch. Hier haben sie ein Glasdach gebaut und haben schon ein Hausschwein. Geh raus, auch wenn's nicht mein Haus ist. Verschwinde. Oh, okay. Ich hab hier wieder einen Bug, wie ihr jetzt seht. Geht's hier unendlich nach unten. Und das Schwein zittert sich jetzt einen ab. Anscheinend ist da auch noch Boden, weil Two-Face kann da langlaufen. Und Schnitzel gewinnen. Genau. Ich lauf da nicht lang, weil ich seh hier keinen Boden. Ja, dann kriegst du auch so einen ewig langen Fall-Bug. Ja, den mach ich auch nicht, weil wie gesagt, ich will jetzt auch nicht... Da fällst du mal einen Block runter und dann bist du wieder oben. Und das ist grausam. Ich will jetzt auch kein, äh... Komm, ich verarsch die mal ein bisschen. Ja, Bug haben. Und hau denen mal einen Schnitzel auf den Ofen. Wir können ja auch hier einfach mal mitgraben. So querbeet einmal durch, ne? Nein. Sowas machen wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, wir werden euch auf dem Laufenden halten, äh... Was hier die zwei Mädels bauen werden. Ich bin auch sehr gespannt, weil das Ganze sieht interessant aus. Sieht eigentlich, wenn man jetzt von hier unten so hoch guckt und die Wolke da nicht wäre, äh... Könnte es einen Ansatz von Kirsche haben. Ah! So, Two-Face ist gerade gestorben, so wie sich das angehört hat. Ich hab's zählt. Oh Gott. Da ist jemand in die Lava getreten. So, aber da es jetzt dunkel wird, zeige ich euch nochmal unser Stunden-Glas Weihnacht. Two-Face, der alte Cheater, hat sich zu mir teleportiert. Ich laufe in die andere Richtung, Two-Face. Ja, ich will aber erst noch mein Zeug abholen. Achso, stimmt ja. So, wir laufen jetzt nochmal, äh, auf unsere Seite der Insel quasi. Hier auch immer noch der Bug. Aber es stört mich relativ wenig, solange ich noch drüben bei uns ankomme. Also, das haben sie bestimmt gegeiert, die zwei Geier. Ja. Eine Hacke, ja, ja, weil die geil sind auf unser Diamanten-Werkzeug. Aber, naja, gut. Hier das Stunden-Glas nochmal bei Nacht. Ich werde es euch von unserem Badehaus-Dach zeigen, wenn ich denn reinkomme in die Sauna. Jetzt, Tür zu, sonst haben wir ja nur wieder wildes Getier rumspringen. Tü-tü-lü-tü-tü. Naja, wir werden mal gucken, was wir uns, äh, als nächstes bauen. Wir werden uns demnächst auch an, äh, ein Monster-Objekt ranwagen, und zwar zu viert. So, bin ich wieder bei dir. Jo. Hier sehen wir das Ganze nochmal bei Nacht. Gefällt mir persönlich sehr gut. Auch hier haben wir einen Bug. Also, wenn ich Lava suchen würde, würde ich mich hier unten hinkraben irgendwie. Da ist ein Riesen-Lava-Feld. Aber, naja, gut. Okay. Würde ich mal so Diamanten entdecken, hätte ich ja nichts dagegen. Aber ich sehe immer nur Lava oder irgendwelche endlosen Löcher. Aber gut, hier ist unser unendliches Stunden-Glas. Die Zeit für uns wird niemals ablaufen. Freuen wir uns da nicht alle. Hier nochmal ein Blick auf meinen Wolkenkratzer, der in einer Wolke drin hängt. Aber in was war er? Mann! Selbst mein Wolkenkratzer hat jetzt einen Bug. Ich wollte gerade sagen, der sieht so komisch aus, aber er ist in der Mitte aufgeschnitten. Und auch hier unten sehen wir wieder einige Lava-Felder. Ach Mann, das ist doch kacke. Aber naja, gut. Ansonsten geht es eigentlich. Achso, die Lava kennen wir ja schon. Ja, Leute. Jetzt habe ich mich im Bauen festgezackt. Im Zaun festgepackt. Wir gehen jetzt nochmal auf unsere Terrasse. Zeige ich euch nochmal das Eliminate Games in der Nacht. Da ist es. Und mit diesem Ausblick auf unseren Namen verabschiede ich mich. Und tu feste ich höchstwahrscheinlich auch. Ja. Wo ist er denn? Hier ist er. Ach da. Okay. Kleiner Teleporter-Bug. Wir sehen jetzt seinen Original-Skin. Aber gut. Noch ein Headbanger zum Abschied. Du bist dann auch schon original. Genau. Also Leute, danke fürs Einschalten. Das war unser dritter Part von unserer Minecraft Weekly Mission. Seid gespannt. In den nächsten Parts werden wir euch noch einige atemberaubende... Au. Ups. Jetzt habe ich dich umgemoscht. Einige atemberaubende Bauwerke zeigen. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. So Leute, hier sind wir nochmal. Ich muss noch ganz kurz nachfügen. Wir sind hier unten in unserer Mine. Und ich habe heute endlich auch gepackt... Nee, gestern hatte ich es schon gepackt... ... unsere Zugstrecke fertig zu bauen. Ich habe hier Booster eingebaut. Nein. Und habe es jetzt dadurch two-faced versaut. Jedenfalls diese Booster bewirken. Wir sehen wir gleich, wenn Two-faced das Ganze packt jetzt. Zzzz. Tschö. Die Booster haben halt den Effekt. Irgendwie entsteht da Reibung, keine Ahnung. Und man wird dadurch echt gut beschleunigt. Das Ganze gucken wir uns jetzt auch nochmal aus meiner Sicht an. Wenn ich es jetzt nicht verzocke. Anschubsen, einspringen und losfahren. Was meinst du? Jetzt fahre ich über einen Bug. Geil. Jedenfalls, das bringt einiges. Diese Booster. Gerade für lange, gerade Strecken. So wie hier. Hier ist natürlich ein Booster. Nein, was ist jetzt? Ach, weil Tufa ist da eben langgefahren, war das Minecraft nicht an seiner Stelle. Das musste ja passieren. Na gut, fahren wir wieder zurück. Wir fahren die Strecke heute nochmal, das könnt ihr glauben. Komm her, nochmal. Ich hoffe jetzt mal, dass eine Minecart vom Booster steht richtig. Jetzt ist er nicht eingestiegen und mein Minecart rollt weg. Ich hol's dir. So, jetzt aber nochmal. Ich muss mich nur mal hier gerade wegpacken. Anschubsen, einsteigen. So, und jetzt hoffe ich, dass auch die Booster richtig stehen. Dass wir endlich mal fertig fahren können. Jetzt kann ich nicht mehr fahren, weil die Strecke bei mir verpackt ist. In einem der ersten Parts gesehen. Ich weiß gar nicht, wann wir das euch gezeigt haben. Erste oder zweite Part. Ich glaube, man sieht's in beiden Parts. Also normalerweise klappt das hier um einiges besser. Das ist jetzt wieder typischer Vorführeffekt für eine Aufnahme. Ah gut, der Booster schubst uns wieder an. Oh ja, ich hab jetzt hier auch einen Bug. Da habt ihr's nochmal live gesehen, so ein Bug. Ja, leider noch sehr verbugt, dieses Spiel. Okay, hier ist der nächste Bug. Jetzt werde ich ein Problem kriegen beim Aussteigen. Nein, hat geklappt. Kriege ich mal Minecart wieder? Ja, hat auch geklappt. Also das ist so ein Bug, wie ihr seht. Hier geht's sehr tief rüber. Da ist irgendein Höhlengang, den wir mal gebuddelt haben. Ich glaub, den hab ich heute gebuddelt. Ich hab heute ein paar Testbuddelarbeiten gemacht. Ah ne, Quatsch. Das ist der Gang rüber zu unserem Minenausgang. Stimmt. Hey, und da ist Eisen. Da unten ist überall Eisen und Kohle. Wo stehst du denn überhaupt? Ich steh eigentlich am Ausgang unserer Mine, aber da komm ich nicht hin. Da unten wieder Lava. Da sind Diamanten. Das muss ich mir merken. Ich hab ja auch grad einen Bug, da seh ich noch ein bisschen Gold, ganz weit unten. Das muss ich mir merken. Da unten ist Diamant, da ist Redstone. Auch ein wenig Gold. Ich würd mir das ja jetzt gerne markieren, aber ich komm hier bestimmt nicht weg. Ähm, ich muss mir das merken, wo das ist. Wo ist das denn? Ich komm mal da in die Richtung rein. Ja, wo bist du denn? Egal, aber Leute... Bin jetzt bei dir. Äh, ja, ich seh dich nicht. Komm mal in die Wasserbar. Ah, keine Ahnung. Jedenfalls das wollte ich noch zeigen. Steht jetzt in der Wasserbar. Danke, ciao. Ja, ich bin jetzt bei dir. Ja, ich bin jetzt bei dir. Ja, ich bin jetzt bei dir. Ja, ich bin jetzt bei dir.